Was haben eigentlich Feng Shui und die digitale Transformation gemeinsam? Mein Name ist Daniela Hopscheid und ich arbeite in dem Themenfeld der strategischen Unternehmensgestaltung am Fraunhofer IEM in Paderborn. Und heute in dem Video möchte ich euch erklären, warum man bei der digitalen Transformation nicht nur Technologien betrachten sollte. Was ist Feng Shui und die digitale Transformation? Ziel des Feng Shui liegt darin, durch die Gestaltung von beispielsweise Wohnräumen eine Harmonisierung des Menschen mit seinem Umfeld zu erreichen. Es sind die fünf Elemente Erde, Wasser, Feuer, Holz und Metall in ein Gleichgewicht zu bringen. Auf der anderen Seite steht jetzt natürlich die digitale Transformation. Was wir grundsätzlich unter digitalen Transformation verstehen, verlinken wir euch hier oben in dem Video. Was jetzt aber noch wichtig ist, wenn man digital transformieren möchte, dass es unbedingt erforderlich ist, die digitale Transformation als sozio-technische Herausforderung zu sehen. Das heißt, der Mensch, die Technologie und die Organisation sind stets gleichermaßen zu betrachten. Denn wenn man verschiedene Lösungen von dem Markt einführen möchte, um sich digital zu transformieren, dann ist der wirtschaftliche Erfolg maßgeblich davon abhängig, beispielsweise ob im Rahmen der Technologien Daten grundsätzlich vorhanden sind, ob in der Organisation die Prozesse auf Daten angepasst werden und insbesondere, ob die Kompetenzen bei den Mitarbeitenden überhaupt vorhanden sind. Ein besonderes Augenmerk liegt also auf dem Menschen. Denn nur wenn man schafft, die Belegschaft zu einer Akzeptanz der digitalen Transformation zu bekommen, dann kann die digitale Transformation erfolgreich sein. Denn wenn keine Akzeptanz in der Belegschaft herbeigeführt wird, dann kann die digitale Transformation verzögert oder gar verhindert werden. Was haben jetzt also die digitale Transformation und Feng Shui gemeinsam? Die digitale Transformation möchte als sozio-technische Herausforderung auch Elemente in einen Einklang bringen. Das heißt, Ziel der digitalen Transformation liegt darin, durch die Gestaltung von Unternehmen eine Harmonisierung des Menschen in seinem digitalen Umfeld zu erreichen. Es sind die drei Elemente Mensch, Organisation und Technologie in ein Gleichgewicht zu bringen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen hoch da. Oder wenn ihr Interesse an dem Thema habt oder weitere Fragen, dann meldet euch sehr gerne bei mir. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.